Als familiär geführtes Haus bietet das Hotel Stadtwald Schenke gemütliche Zimmer und gutbürgerliche Küche. Das Haus liegt in direkter Nähe zum Bocholter Stadtwald, einem beliebten Ausflugsziel für Spaziergänger und Naturfreunde. Wasserraten werden sich im nahegelegenen Inselbad Bahia wohlfühlen. Einen Besuch wert ist auch das Schloss Diepenbrock, welches vom Hotel Stadtwald Schenke aus mit dem Fahrrad bequem erreichbar ist. Das Hotel ist angebunden an regionale und überregionale Fahrradrouten. Wer einen Tritt in die Pedale also nicht scheut, kann von hier aus seine Tour zum Beispiel in die Niederlande, nach Wintesweig oder Aalten starten. Hotel Stadtwald Schenke, Fadingholter Straße 47 in Bocholt Das Hotel Schenke, Fadingholter Straße 47 in Bocholt Bis zum nächsten Mal.